Gut, ähm, schauen wir doch mal nach, ob wir noch was anderes machen können. Wir können ja die Tageszeit verändern, das haben wir ja schon rausbekommen. Fragt sich nur, ob uns das irgendwie helfen kann. Wir müssen irgendwie versuchen, diesen Schlüssel zu bekommen, dieser komischen, äh, bei diesem komischen Schiffchen. Warte mal, sagst du jetzt irgendwas anderes vielleicht? Ich muss mit Ihnen sprechen. Was denn nun schon wieder? Äh, nein, er sagt nichts anderes. Gut, dann können wir es auch abbrechen. Gehen wir mal darüber. Warte, was ist das? Die Statue tropft gerade und du schläfst. Okay. Dazu kommen wir gleich nach. Die Statue tropft, habe ich gerade gesehen. Hat die schon immer getropft? Oder aus den Rohren? Interessant. An den Socken dieser Statue ist eine Gedenktafel angebracht. Naja, das hatten wir schon. Blaues Gebäude. Äh, Brunnenbrunnen. Ne, auch mal. Hat sich keine Änderung ergeben, außer dass es jetzt daraus tropft. Warum auch immer. Ähm. Können wir jetzt eigentlich da reingehen? Hm, der Laden ist geschlossen. Ja, der ist wahrscheinlich immer geschlossen. Äh, gut. Gehen wir aber zurück. Denn die beiden schlafen jetzt. Ist irgendwas an der Position, wo sie waren vielleicht? Ne, ist nichts. Was ist das? Kieselstrand. Ja, irgendein Kieselsteinchen. Ähm. Ja, genau. Wir haben noch einen Schleuner mit Kieselsteinen. Können wir da irgendwas sinnvolles anfangen eigentlich? Und ein Klimperbeutel voller, äh, fremdländischer Münzen. Hm. Und den Siegelring. Warte mal, das ist... Das war das Testament des Siegelringen. Das war die Zwille. Ja, Schwums Hundemarke. Kieselsteine. Auch zum Schießen noch. Angelhaken, äh, so eine Bekanntmache vom Fischclub. Ja, was stand da eigentlich drauf? Wir haben doch gerade befischt. Der Angelverein von Raven Hollow musste... Achso, genau. Das ist halt, dass ich auflösen war. Genau. Und etwas Teer und, äh, ein paar Münzen. Ja, gut. Mac Madison Show. Die beiden sind schnell eingeschlafen. Kann man die ansprechen? Ich möchte sie nicht aufwecken. Sie hätten einen Harten Tag. Okay, ja nicht. Boot. Ja, mit dem Boot kann man wahrscheinlich nichts machen, aber ich... Probier's mal. Die beiden haben schon genug Ärger. Ich sollte die Finger von ihrem Boot lassen. Gut, dann eben nicht. In den Leuchten kommen wir auch nicht rein. Äh, nee. Wollen wir gar nicht versuchen. Ich versuche nochmal kurz in diesen Laden zu gehen. Und das... Die Flasche irgendwie mitzunehmen. Er meinte ja, glaube ich, irgendwie, dass die Flasche an dem... Äh, irgendwie festgeklebt sei oder sowas. Ich muss mal genau gucken, was das Problem war. Ich glaube, die Flasche ist am Standfuß festgeklebt. Ah ja. Ja, scheint so, als müsste ich das Bulletschuh hier lassen. Kann man das... Ich versuche ein paar Gegenstände darauf anzuwenden. Vielleicht kann man das irgendwie lösen. Vielleicht, wenn man das so... Äh, diese Hunde mag. Wenn die scharf, kann ich genug, dass man sie vielleicht zwischen... Äh, so in den Kleber schiebt. Nein. Klappt nicht. Hm. Mit dem Angelhaken den Kleber wegritzen. Wahrscheinlich funktionieren. Ah. Vielleicht kann ich den Schlüssel mit diesen langen Angelhaken rausfischen. Oder? Oder so. Natürlich. Das geht auch. Es hat funktioniert. Ich habe den Truhenschlüssel. Super. Da kann man jetzt eigentlich rausgehen. Jetzt hat sich scheinbar nichts geändert. Okay. Gehen wir ins Bootshaus. Doppelklick funktioniert immer noch. Ja. Funktioniert immer noch, um das zu... Äh, um den Bildschirm schnell zu wechseln. Wundervoll. Äh, sowas liebe ich an Adventures. Ein rostiger Schlüssel für diese wunderschöne Truhe. Ich hoffe, der Schlüssel passt. Er passt. Schau dir das an. Die Schlosswachen haben ein Schiffslogbuch und... Eine Schachtel Knusperbrezel mit Schlagnahmt. Irgendwie hätte ich mehr erwartet. Ich frage mich, ob sie irgendwo anders Meerbeute horten. Möglicherweise haben sie das. Beschlagnahmte Waren. Natürlich beide mit... Mit Vergnügen. Denn mit diesen Waren kann ich das den Käpt'n geben, der mir wiederum... Oder die mir wiederum... Den Dorfpass gibt. Wundervoll. Dann gehen wir hier rüber, bitte. Ich weiß allerdings nicht, ob ich dafür die Tageszeit ändern muss, wenn ich das überhaupt tun muss. Ich weiß es nicht. So... Kapitän, ich habe hier... Einmal was zu essen für dich. Das ist kein Prezeljack-Moment. Okay. Der Jacks-Moment. Na gut, dann halt nicht. Aber bevor ich es vergesse, will ich kurz mal reingucken, ob ich da irgendwas finde. Vielleicht ist der Schachtel auch irgendwas anderes drin. Auf der Verpackung steht, dass jede Packung Prezeljacks, Knusperbrezel und ein Spielzeug aus der Prezeljack-Sammelreihe der größten Affinat der Menschheit enthält. Ja, was habe ich denn da drin? Hey, da ist ein Spielzeugmagnet drin. Ein Magnet. Ich bin sicher, dass ich diesen Magnet zum Boden der Menschheit einsetzen werde. Ja, das kann vielleicht sogar sein. Ein Magnet kann immer nützlich sein. Ein Prezeljack-Magnet sogar. Gut, dann kann ich mir das jetzt noch ansehen. Das scheint das Logbuch der M.S. Sparrow zu sein. Die Burgmänner müssen es gestohlen und im Bootshaus weggeschlossen haben. Ja, dann wenden wir es doch mal an. Äh, nee, so. Hey, mit mit Cap-Mamai, bitte. Mir ist es gelungen, ein Logbuch zu beschaffen. Wirklich! Das ist der erste Hoffnungsschirm an diesen dunklen Tagen für mich und meine Männer. Ich stehe in ihrer Schuld, Naito Trilorne. Nehmen Sie diesen Dorfpass. Ich habe keinen Grund, mich den Behörden hier zu fügen. Doch, Ihnen könnte er dienlich sein. Viel Glück. Vielen Dank, Cap-Mamai. Ihnen auch viel Glück. Ja, wunderbar. Schnell zum, äh... Dorfpolizisten lesen. Das ist mein Dorfwachmann. Denn jetzt habe ich einen Dorfpass. Kann ich mal kurz, äh, ich darin lesen? Das müsste sein. Raven Hollow mit so Auge drauf oder so. Hiermit wird der, äh, wird der Inhaberin des Passes, Captain Moni Amai, Zugang zu Dorf, äh, Dorf Raven Hollow gewährt. Warte mal, das könnte ein Problem ergeben, weil ich bin gar nicht Captain Moni Amai. Hiermit unterwirft sich die Inhaberin dieses Passes vollständig und ohne Ausnahme der Autorität von Schloss Nordwest. Unterzeichnet durch den obersten Befehlshaber der Nordwest-Restaurationsbewegung Lowell Cain. Hm. Ja, das könnte vielleicht schon Probleme geben. Vielleicht muss man die auch irgendwie fälschen oder sowas. Kann natürlich auch noch sein. Äh, so. Ich muss über die Brücke. Hier ist mein Dorfpass. Du hast einen Pass? Tatsächlich, ist gelb noch das blaue Auge drauf und alles. Das Auge und alles. Äh, können sie nicht lesen? Ich, äh, nun. Oh, äh, sie können wirklich nicht lesen, es tut mir leid. Ich wollte nicht. Halt die Klappe, Bücherwurm. Du kannst deinem Bruder eine Bootshausgesellschaft leisten. Ja, du bist ein ganz cleverer Typ. Du hast einen Ausweis, also kannst du passieren. Beweg dich. Hau ab. Okay, okay. Großartig. Endlich. Da ist das Gasthaus am Dorfplatz. Irgendwie wäre ich das Gefühl nicht los, dass mich jemand beobachtet. Ja, da hast du einige Möglichkeiten. Muss man eine Einbildung sein. Ich hoffe, der Adler meines Vaters ist heute Abend wirklich im Gasthaus zu finden. Okay. Wenn es mir gefiele, von denen zu stehlen, die nicht viel haben. Wenn mir die Unterdrückung von Kritik und Meinungen gefiele, die mir schaden. Wenn ich noch so tun könnte, als wäre ich ein gerechter Mann. Obwohl ich ein Lügner bin. Ja, dann. Dann würde ich nicht verachten. Welch ein Unglück die Beamten des Schlosses über unser Dorf brachten. Guten Abend. Vielleicht können Sie mir helfen. Was kann ich für Sie tun? Ich suche nach einem Mann namens Lionstone. Er ist Anwalt. Lionstone. Wachen Sie auf. Lionstone. Hier sucht jemand nach Ihnen. Nein. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie hinter mir her sind. Das Schloss holt mich. Äh, doch noch ab. Sehen Sie. Ich habe es Ihnen doch gesagt. Richtig. Gehen Sie weg. Sie. Er gehört nicht zu den Männern vom Schloss. Oder gehören Sie doch etwa zu denen? Nein. Ich kam nach Raven Hollow, weil ich diese Erbschaftsurkunde von Ihnen erhalten habe, Herr Lionstone. Trilorne, Trilorne, aber ich habe Ihnen das Herz der Menschen vor über einem halben Jahr geschickt. Warum kommen Sie ausgerechnet jetzt, wo ja alles den Bach runtergeht? Als ob nicht schon alles kompliziert genug wäre. Oh, mein Kopf. Vor einem halben Jahr, aber ich habe den Brief erst vor einem Monat erhalten. Vor einem Monat. Oh, Web. Soll ich Ihnen sagen, was ich glaube? Soll ich es Ihnen sagen? Ich glaube, Sie sind betrunken, Lionstone. Ja. Da haben Sie vermutlich recht. Und wissen Sie noch was? Ich glaube, dass das Schloss unsere Post abfängt. Die müssen meinen Brief an diesen jungen Mann gelesen haben, bevor er dann weitergeleitet wurde. Wer weiß, ob meine anderen Briefe, die ich in den letzten Monaten geschrieben habe, dieses verfluchte Dorf je verlassen haben. Oh. Wir hätten etwas unternehmen sollen, als es noch möglich war. Web. Wer hätte etwas tun müssen? Ähm. Entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche, aber wegen dem Tod meines Vaters. Ihr Vater. Oh, Web. Web, wissen Sie, was ich noch sage, was ich noch denke? Web. Was ist denn, wir dafür auch verantwortlich sind? Weil wir nichts gegen das Schloss unternommen haben. Lionstone. Wenn es dieser Tag schon zu gefährlich ist, die Wahrheit zu sagen, was wird dann erst passieren, wenn Sie das Schloss für Geschehenes verantwortlich machen, in die Lowell Kane und seine Männer gar nicht verstrickt sein könnten? Jetzt beruhigen Sie sich mal. Haben Sie gerade gesagt, dass das Schloss in den Tod meines Vaters verwickelt sein könnte? Sehen Sie, Lionstone, was Sie angerichtet haben? Äh, nee, andersrum. Sehen Sie, was Sie angerichtet haben, Lionstone? Hören Sie. Soweit ich weiß, könnte das Schloss wirklich für die Verzögerung des Briefes verantwortlich sein. Aber Ihr Vater verschwand vor ungefähr einem Jahr, lange bevor Lowell Kane hier in Raven Hollow aufgetaucht ist. Das Schloss kann nicht für sein Verschwinden verantwortlich sein. Er wurde ein halbes Jahr darauf für tot erklärt. Okay, und was genau ist mein Vater hinzugestoßen? Oh. Meine Herren, wir haben Informationen darüber, dass sich ein Außenstehender unbefugtes in diesem Ethemismon auffällt. Webster, haben Sie vergessen, dass der Baron Sie persönlich dafür verantwortlich machen wird, wenn Sie hier einen nicht registrierenden Individuum bewirten? Okay, jetzt habe ich aber genug. Diese Männer können doch nichts, wenn er nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn ich ohne Genehmigung in dieses Wurzhaus laufe. Doch, das können Sie und das werden Sie auch, wenn der Baron dies für richtig erachtet. Meine Herren, hören Sie auf die Stimme der Vernunft. Die eigentliche Frage ist, wie Sie aus dem Bootshaus entkommen konnten. Und noch viel wichtiger ist, warum Sie sich anmaßen, meine Autorität zu untergraben. Wie wäre es in dieser Frage, was haben Sie mit Dr. Coppelius gemacht? Dr. Coppelius genießt auf dem Schloss die Gastfreundschaft von Baron Nordwest. Und jetzt erwarte ich im Gegenzug eine Antwort von Ihnen. Was machen Sie in Raven Hollow, Herr Trilorne? Ähm, ja, nun ja, ich bin hier, um als Erbe meines Vaters anzutreten. Ich erhielt einen Brief von, okay. Ich bin als Erbe meines Vaters hier, ich wurde durch einen Brief von, also das ist mit dem Brief, muss man offenbar sagen. Äh, ich bin hier, weil ich ein Dokument erhalten habe von, äh, lass mal das Erbe mal sein, ich nehme mal, äh, das. Ich bin hier, weil ich ein Dokument erhalten habe von, von Herrn Lionstone, ich weiß. Als ich den Brief in der Post entdeckte, war ich zugegebenermaßen beeindruckt, dass es ihm gelungen ist, eine Briefmarke zu befeuchten und auf einen Umschlag zu kleben. Okay. Seitdem ich hier in Raven Hollow bin, dachte ich, dass Lionstone eine besondere Charaktereigenschaft, sein Mangel an Weitsicht wäre. Neben dem beißenden Gestank nach billigem Alkohol, den er abspondert, natürlich. Ähm, wie können Sie nur so verächtlich sein? Sie sollten mir Respekt zeigen, Herr Cain. Hm, ich werde mir Ihre Beleidigung nicht länger anhören. Ja, zeige Sie ein bisschen mehr Respekt, Herr Cain. Vorsicht, Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie sich da anlegen. Herr Webster, hier ist ein vorsichtiger Mann. Das ist sehr gut für Herrn Webster und deshalb durfte er auch, zumindest bis jetzt, sein Wirtshaus weiterführen, dank der Duldung durch den Baron. Das Schloss hat diesen Laden geduldet, auch wenn er nicht mehr als eine Galerie armseliger Trunkenbolde wie Herrn Lionstone ist. Zu Ihren Diensten. Also, Herr Trilorne, ich muss Ihnen mitteilen, dass eine Entscheidung zu dem Nachlass Ihres Vaters nur von Baron getroffen werden kann. Es ist sinnlos, Herr Lionstone und eine andere ähnlich bemitleidenswerte Kreatur, die hier Unterschlupf und die berauschende Wirkung billigsten Alkohol sucht, um Hilfe zu bieten. Hm, dann möchte ich mit dem Baron persönlich sprechen. Das ist doch eine super Idee. Herr Webster hatte recht. Sie wissen nicht, mit wem Sie es hier zu tun haben. Merken Sie sich gut, was ich Ihnen nun sage. Niemand wendet sich direkt an den Baron. Nicht einmal ich würde ohne ausdrückliche Aufforderung an ihn herantreten. Und es ist unvorstellbar zu erwarten, dass er sich jemals mit einem so erbärmlichen Subjekt wie ihn unterhalten würde. Ich kann Ihnen nur den Rat geben, Raven Hollow zu verlassen und diese törichte Suche aufzugeben, in die Sie sich verrannt haben. Ich. Telefon. Telefon. Wo auch immer. Ja. Ja. Er ist gerade hier. Ja. Ich verstehe. Nun denn, der Baron lädt Sie ein, in Raven Hollow zu verweilen. Er unterstützt Ihre Entscheidung, sich um den Nachlass Ihres Vaters zu kümmern. Aber er lässt Ihnen ausrichten, dass Sie die Siegelringe aller neuen Gründungsmitglieder finden müssen, um das Testament zu beglaubigen. Ja, natürlich. Das verstehe ich nicht. Gerade eben haben Sie mir noch gesagt, Herr Trelawney, das Schloss würde niemals widersprüchlich handeln. Sie sollten für die jüngsten Entwicklungen in Ihrem Fall dankbar sein. Selbst wenn es Ihnen gelingen würde, alle Siegel zu finden, die Sie zu beglaubigen des Testaments Ihres Vaters benötigen, am Ende müssen Sie das gestempelte Dokument dem Baron vorlegen, denn nur seine Unterschrift kann das Testament letztlich beglaubigen. Aber es sind meine Männer, die Schloss Nordwest bewachen. Und aufgrund Ihres Fehlverhaltens mir gegenüber kann es gut sein, dass Sie bereits jede Chance verspielt haben, jemals zu bekommen, wofür Sie hergekommen sind. Ah ja. Okay, was war das denn gerade? Äh, Stedge and Time, Akt 2, die Herausforderung des Schlosses. Interessant. Wir müssen also jetzt neun Siegelringe finden, beziehungsweise acht Siegelringe finden. Einen haben wir ja schon, um damit das Dokument zu beglaubigen, wer es glaubt, wird selig. Und zusätzlich dieses neun Siegelringe insgesamt dem Baron geben, der es ja wahrscheinlich braucht. Ich schätze mal für irgendein Schloss, würde ich mal schätzen. Ähm, damit er zumindest vorgibt, uns die Urkunde, die Erbschaftsurkunde zu beglaubigen. Da hier aber sowieso irgendwie nicht alles so recht läuft, gehe ich davon aus, dass das sowieso alles gelogen ist.